Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. Wir machen weiter mit dem Spaceport DLC. In der letzten Folge haben wir ja das Fahrzeugmontagegebäude oder wie auch immer das hieß fertiggestellt. Sieht man da hinten das hohe Gebäude. Das wäre schon mal soweit, um Raketen herzustellen. Und jetzt in dieser Folge machen wir weiter mit dem Aussichtspunkt. Wir sind hier auf einem schön höher gelegenen Punkt, haben dann eine wunderbare Aussicht später für den Raketenstart und dann sind wir damit schon mal vorbereitet. Und dann müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Aber wir haben hier mit diesem Auftrag erst in der letzten Folge angefangen. Wir werden ja also noch gut was zu tun haben. Tja, wir sollen hier jetzt Material verteilen. Ich bin gerade überlegen, ob wir uns vielleicht ein Teleskop sogar für holen oder arbeiten wir mit dem Kran. Na komm, wir arbeiten hier erstmal mit dem Kran. Wir werden aber noch bei den ganzen Aufträgen früher oder später ein Teleskop da hinzuziehen. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, oh, ich muss auch noch den anderen Kran zurückgeben. Genau, bauen wir erstmal den kleinen Schnelleinsatzkran auf. Und dann gehe ich jetzt gerade mal zu den Fahrzeugen und dann können wir den Kran eigentlich gerade mal zurückgeben. Brauchen wir dafür keine Miete mehr bezahlen. Passt so, genau. Tja, mit dem Kran können wir jetzt auf jeden Fall erstmal die ganzen Paletten verteilen. Und dann sehen wir mal weiter, was noch so anfällt. Wahrscheinlich, ja, wie gesagt, in der letzten Folge wahrscheinlich Boden betonieren oder Fundament beziehungsweise betonieren und so weiter und so fort. Man kennt ja so die ganzen Prozesse mittlerweile schon. Es ist ja meistens vom Anfang her immer erstmal gleich. Ja, meistens erstmal ein bisschen Boden abtragen, Bewährungsgitter verteilen, betonieren. Ja, Wände aufbauen vielleicht. Oder hier in dem Fall, ich würde ja fast mit rechnen, hatten wir nicht schon mal so einen Aussichtspunkt gebaut und hatten da irgendwie Bohrung setzen müssen. Also es kann auch sein, dass wir hier bohren sollen, aber ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, wenn wir hier tatsächlich wieder bohren sollen in diesem DLC, ich werde das nicht mehr machen. Ich weigere mich. Ich weigere mich einfach. Wir werden dann diese Aufgabe überspringen und machen mit den nächsten Sachen weiter. Weil ich finde, das Bohren ist halt einfach eine Katastrophe. Es ist halt einfach eine Katastrophe. Es ist die Suche nach dem 1% im Boden und manchmal hat man gar keine Erde mehr da, die man im Bereich wegbohren kann und es geht dann halt einfach nicht weiter. Und du musst dann im Endeffekt dann trotzdem überspringen. Also, nee, dann lassen wir das lieber weg, kümmern uns um schönere Aufgaben. Genau, so. Wir brauchen noch zwei Paletten mit Betonschalung. So, mit einmal diese hier. Oh, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe mein Tablet verstellt. So, jetzt sehe ich wieder, dass die Aufnahme läuft. Mikro ist auch nicht gemutet, also diesmal läuft die Aufnahme direkt korrekt los. Und, ja, wir können hier ganz entspannt arbeiten. Ist mir leider, ja, vor der letzten Folge passiert. Ist halt noch so, weil man ein bisschen krank ist. Und als das Mikro mutet, irgendwann vergisst du es dann mal wieder zu entmuten und dann ist es halt immer noch aus. Naja, passiert. Jeder macht mal Fehler. Genau. So, ja, ich bin auch übrigens immer noch leicht, leicht zu. Also, die Stimme, je mehr ich rede, desto schwieriger wird es wieder mit dem Reden. Aber so an sich, es ist schon tausendmal besser als die Tage davor. Also, ging richtig schnell eigentlich jetzt wieder besser. Es war erst so tagelang rumgequält, irgendwie gleicher Zustand. Und nichts hat sich getan. Und dann so schlagartig mal eine Nacht total schlecht. Und dann, ja, jetzt geht es mir gut. Es war dieses Tief, bevor es dann wieder aufwärts geht. Habt ihr das auch meistens? Also, wenn ich krank bin, habe ich meistens dann nochmal so einen Tag, wo es mir richtig, richtig mega mies geht. Und dann schlagartig, zack, bumm, besser. So ist es meistens bei mir auf jeden Fall. Das war anscheinend dann auch diese eine Nacht, wo es mir richtig schlecht ging. Und dann, ja, alles wieder tuti, guti, frut. Guti, tuti, guti, gut. So, nicht frut. Alles wieder gut. So, Bewährungsgitter. Gerade mal platzieren. Jetzt haben wir noch eine Palette Bewährungsgitter. Die ist leider ein bisschen eingebaut. Wir müssen da ein bisschen was runterheben. Aber das sollte kein Problem sein. Wir haben hier so Betonteile, so wie es aussieht. Sieht ein bisschen aus wie Bahnschwellen. Nein, Quatsch. Aber auch so Betonteile. Nur, dass das hier halt große Platten sind, so wie es aussieht, genau. Ja, ich würde jetzt einfach mal hier so nebenher stellen. Ist ja egal, wo die hinkommt. So, dann nehmen wir die noch runter. Können wir auch hier vorne hinstellen von mir aus. Auch nichts dagegen. Also einmal hier hin. Boah, die Steuerung mit dem Kran. So, einfach hier hinklatschen. Und dann nehmen wir die Palette runter. Ja, ich wollte erst Teleskop, da hatte ich kurz überlegt. Aber dann habe ich gesehen, ja, wir haben hier ganz viele Reihen bis nach hinten. Wenn man dann drei, vier Paletten wegräumen muss, um an die letzte Palette vielleicht hinten dran zu kommen, bloß die obere Lage noch runterräumen muss, das würde ziemlich anstrengend werden, glaube ich, mit der Zeit. Deswegen lieber mit dem Kran hier gerade mal gearbeitet. Aber wir werden noch eine Baustelle bekommen, wo wir mit dem Teleskop ein bisschen mehr arbeiten können. Ganz sicher. Ganz sicher. Packen wir gerade mal aus. Jo, da sehen wir schon die Wände, die gegossen werden müssen. Beziehungsweise die andere Seite sieht man schon, oder da sieht man schon ein bisschen mehr. Das baut sich gerade auf. Gut, wir müssen also, ja, für so Säulen wahrscheinlich Plätze gießen. Und hier die Wände. Ich würde hier gerne, ich würde ehrlich gesagt gerne mal wieder mit dem Kübel arbeiten. Haben wir extrem lange nicht mehr gemacht. Wird einfach mal wieder Zeit oder ein bisschen Kübel-Power. Den hatte ich ja damals während der Kampagne ziemlich häufig benutzt. Da ist der kleine, da ist der große. Ich finde den, ich finde den einfach praktisch. Ich finde den unglaublich praktisch. So, den nehmen wir einmal. Sagen wir, liefern an Baustelle. Kostet 375, die Lieferung von dem einen Teil. So, arbeiten wir einfach mal damit. Haben wir echt lange nicht mehr gemacht. Ich habe den ja eine Zeit lang wirklich nur benutzt. Und jetzt wird es mal wieder Zeit, dass wir damit arbeiten. So. Finanzielle Probleme haben wir hier aktuell keine. Das heißt, wir können ihn ruhig öfters nachfüllen. Das passt schon. So, ich würde ihn gerne mal kurz hier absetzen, dass der nicht mehr so wackelt. So. Befüllen und dann gießen an. Ja, wir werden hier einige Ladungen brauchen, da bin ich mir ganz sicher. So. Da haben wir doch schon 42%. Klingt doch gut. Geht doch voran. Drehen wir gerade hier nochmal so ein bisschen. Weil so seitlich ziehen ist irgendwie einfacher, als wenn wir jetzt da vor so rum baumeln. Oh oh, rutscht ein bisschen ab. Passt aber. Jawohl. Da füllen wir direkt wieder. Gehen wir hier gerade mal in die Ecke. So, zielen. Ich glaube, wir müssen aber noch so ein bisschen nach hinten. Sonst. Oh, jetzt dreht sich das gerade wieder rum. So, jetzt. Und. Feuer frei. Okay. Gießen wieder aus. 78%. Sehr schön. Aber wir müssen auch wieder Oberboden abtragen, sehe ich gerade da vorne. Ja gut. Probieren wir dann auf jeden Fall auch erst mal wieder mit der Planierraupe. Mal wieder den faulen Weg. Oder den effizienten. Kann man sagen, wie man will. So, jetzt müssen wir bestimmt noch, ja, die ganzen Teile hier ausgießen. Das war klar. Wenn das auf der anderen Seite schon so ist, dann ist es natürlich hier in dem Bereich wieder genauso. Dann machen wir hier gerade mal Feuer frei. Okay. So, gießen an. Und nochmal gießen an. Ja, zählt nicht so ganz. Theoretisch kann man den Beton auch einfach laufen lassen. Ja, einfach laufen lassen, rüberziehen, passiert auch nichts. Spiegel berechnet nur den Bereich, der quasi gefüllt werden soll. Kann ich ja gleich nochmal demonstrieren, aber das haben wir eigentlich sonst in der Kampagne oft genug gemacht. Ich ziehe jetzt einfach mal hier rüber. Man sieht, man verliert nicht mehr Inhalt vom Beton. Erst wieder, wenn man in dem Bereich ist, wo Beton gegossen werden soll. Also wenn man ein ganz extremes Faulheitslevel hat, kann man das ruhig einfach so rüberziehen. So, Faulheitslevel Tommi gerade bestätigt. Nein, Quatsch. Ähm, leeren füllen. Weiterlaufen lassen. Gut. 64% haben wir jetzt. Ähm. Was waren das für Geräusche? Ich glaube, der Kübel ist gerade ein bisschen hier auf der Konstruktion rumgerutscht. Deswegen hat sich gerade angehört, als würde ein T-Rex irgendwie aus dem Dschungel rausgewatschelt kommen und ein bisschen rumbrüllen. Gießen aus. Okay. Okay. Ja, vorletzter, oder? Ja, wobei könnte auch der letzte sein. Ja, ist der letzte. Okay. Dann haben wir das. Kübel können wir einfach irgendwo hinklatschen. Wobei ich fast sagen würde, komm, wir stellen ihn hier wieder zum Material rein, weil da steht er auf jeden Fall nicht im Weg rum. Das Spiel hat ja manchmal komische Bereiche, wo man dann so ein bisschen leer räumen muss. Wenn wir das aber hier auf die Fläche draufstellen, haben wir keine Probleme. Und jetzt müssen wir noch Oberboden abtragen nochmal. Okay. Das kriegen wir hin. Wir hatten irgendwo eine Planierraupe. Da. Unsere schöne kleine Case-Planierraupe. So. Jetzt ist nur die Frage, wie tief müssen wir runter? Genauso tief wie hier vorne quasi, wo wir da rausgeschoben haben. Oder müssen wir hier tiefer oder nicht so tief? Oberboden abtragen würde ich jetzt einfach mal sagen. Das sind bestimmt wieder so 10, 20 Zentimeter, die hier nur weg müssen. Also wahrscheinlich eher weniger tief. Abs. So, Schild noch ein bisschen drehen, dass wir das alles jetzt links rausschieben gerade mal. Hier hätte eigentlich anders beginnen müssen. So schiebe ich jetzt gleich dann das Material auf das betonierte Zeug drauf. Hm. Naja, das Spiel interessiert das ja nicht. Aber in der Realität hätte man anders anfangen müssen. Auf jeden Fall. Bin ich voll bei euch. Ich hoffe mal, dass später das Gebäude hier noch wegkommt. Ja, diese Bruchbude hier gegenüber. Sieht das aus, wenn man hier die Investoren überzeugen möchte. Und dann hast du da so eine schäbige Bude nebenan stehen. Das wäre nicht so geil. Also ich glaube schon, dass das schöner wäre, wenn dieses alte Gebäude da auch weg wäre. Aber wir sind ja kein Abrissunternehmen. Ah, ich schiebe die Erde auch gerade falsch übrigens. Ich habe das Schild falsch herum gedreht. Ähm, ja. Egal, haben wir da eine kleine Bahn drin. Die können wir aber auch nochmal rausschieben dann. Ziehen wir jetzt einfach durch. Ups. Dann die Robbe schiebt sich ein bisschen weg. Und hoch damit. So, vielleicht mit jetzt etwas Glück nur noch da einmal durchfahren. Und ja, vielleicht die eine Spur noch entfernen. Die sieht echt schlimm aus. Aber die wird normalerweise gleich auch automatisch entfernt. Jetzt kriegen wir hier Probleme mit der Erde, wenn ich so rumschiebe wahrscheinlich. Wie gesagt, das Spiel baut jetzt da, wo betoniert ist, die Erde nicht auf. Deswegen hat die Planierraupe ein bisschen mehr Problem. Weil die Erde muss sich quasi vor der Planierraupe auflösen. Ich könnte auch theoretisch einfach nochmal eine zweite Bahn jetzt hier reinziehen. Das würde schneller funktionieren. Aber ich lasse einfach jetzt mal so laufen. So, sind wir bei 93%. 96, 97, 98. Ich blende mal das Schild, dann geht es ein bisschen flotter. 100, fertig. Okay, markierten Bereich räumen. Da müssen wir jetzt bestimmt gleich irgendwelche Stahlpfeiler da platzieren, oder? Kies liefern und entladen. Okay. Das kriegen wir hin. Wir haben aber, glaube ich, noch keinen Muldenkipper. Gucken wir gerade nochmal nach. Ne, wir haben nur den Pritschenwagen. Wir haben einen Kran. Das, das, das. Kann man auf dem Pickup hinten Kies draufladen? Ich glaube nicht. Wäre auch ein bisschen wenig wahrscheinlich. Okay, dann. Fahrzeughandel. Wir können uns ja mal ein schönes Fahrzeug kaufen. Ich würde aber sagen, amerikanisches Modell. Passt einfach besser. Wir sind hier in Südamerika unterwegs. So die Frage, was wir da nehmen. Ich glaube, der Muldenkipper war nicht ganz so gut. Beziehungsweise konnte man damit nicht ganz so viel Zeug bewegen. Da bin ich fast hier für den Kenworth. Nehmen wir den. Oder hatten wir noch irgendwas anderes Schönes? Ich glaube nicht. Amerikanisches Modell. Ah, doch hier. Ah, dann bin ich dafür, dass wir den nehmen. Hab Bock auf den. 120.000 kostet er. Nehmen wir. Jawohl. Herr damit. Also hier hatten wir den. Auch in der letzten amerikanischen Kampagne. Keine Ahnung. Aber ich finde den cool. Ich finde den cool. Ja, erstmal wieder durch den Boden fallen. Darf natürlich nicht fehlen. Jeder, der schon länger dem Let's Play hier folgt, weiß, dass das gerne mal passiert. Eigentlich. Also wenn ich mich so ein bisschen zurück erinnere. Früher war das doch nicht so häufig, oder? Da war das ganz selten mal, dass man mit dem Fahrzeug geflogen ist oder dass man durch den Boden gefallen ist. Mittlerweile ist es so, fast jedes Mal, wenn ich ein neues Fahrzeug habe, falle ich erstmal durch den Boden. Da hat sich irgendwie ein bisschen was ins Negative entwickelt. Oh, ich sollte eigentlich links entlang. Man sollte vielleicht auch mal auf die Map gucken. So. Ne, aber ich kann mich irgendwie jetzt nicht an das Fahrzeug so wirklich erinnern, dass wir das hatten. Also ich denke mal, das hatten wir nicht auf der amerikanischen Map. Auf der anderen. Weil die Blinkerposition sagt mir irgendwie nichts da oben. Ich will gerade mal ein bisschen da hochfahren. Ich finde den Weg interessant. Schön, dass man auch da oben den Kran stehen sieht. Ich werde dabei. So. 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 Aber wie viele Probleme diese LKWs da haben, hier den Berg hochzufahren. Ich meine, klar, kann realistisch sein, aber mit maximal 67 kmh halt da hochfahren ist schon langsam. So, da wären wir. Würde ich sagen, laden wir gerade mal Kies auf. Kies, so, während der Fahrt. So macht man das. Und dann fangen wir hier mal an. Und natürlich noch unsere Warnlichter an. Ein bisschen besser platzieren. Ja, ist aber immer noch auch so, dass die dritte Achse hinten nicht benutzt wird. Was ich echt ein bisschen merkwürdig finde. Weil normalerweise müsste die ja belastet werden oder runterfahren, wenn der LKW beladen ist. Damit das Gewicht ein bisschen mehr verteilt wird. Aber irgendwie hat man auch immer noch nicht umgesetzt. Die dritte Achse schwebt immer noch hinten. Gut, wie war das nochmal? Einfach hochfahren, genau. Warnblinker schalten wir noch an. Genau. Okay. Der Lichtspot fährt nicht mit beim Muldenkipper. Alles klar. Haben wir wieder mal einen Bug gefunden, beziehungsweise einen Fehler. Schön. Ich hab da einfach ein Talent zu. Keine Ahnung. Ich find irgendwie jede merkwürdige Sache, jeder Umsetzungsfehler fällt mir irgendwie auf. Naja. Warum nicht? Warum nicht? Hat wohl niemand drauf geachtet, dass auch Leute mit Warmblinke an hier so einen Muldenkipper hochfahren? Tja, die haben nicht mit mir gerechnet. So. Meilenstein aufgestiegen. Das heißt, wir haben normalerweise wieder Fertigkeiten, die wir verteilen können. Müssen wir dann gleich mal gucken. Ich würde aber auch gerade gerne eigentlich mal ein Bild machen, aber wenn ich jetzt hier so stehen bleibe, fällt das ganze Material raus. Deswegen fahren wir gerade mal so ein bisschen runter. So, Foto-Modus. Jawohl. Gehen wir die Richtung oder gehen wir die Richtung? Ja, ich bin fast die Richtung. So. Schönes Foto. In so einem schönen neuen Fahrzeug. Okay. Haben wir das auch? Dann gehen wir wieder raus aus dem Foto-Modus. Ich fahr die Mulde hinten wieder ein bisschen hoch und dann geht's weiter mit Material verteilen. Ich bin aber froh, dass das so funktioniert, dass man das so umgesetzt hat. Weil stellt euch mal vor, man hätte das Material irgendwo auf einen Haufen werfen müssen und dann mit einem Bagger oder Radlader verteilen müssen. Das wäre aufwendig gewesen. So, Kies verdichten. War irgendwie klar, dass die Aufgabe jetzt auch noch kommt? Boah, hier sind doch lauter Schrottfahrzeuge gelagert. Alles klar. Gut. Wir gucken gerade mal, Fuhrpark. Hatte ich da schon irgendwas Passendes dafür? Nee, hatte ich nicht. Wie viel Geld haben wir? Eine Million? Ja gut, für eine Million können wir schon nochmal ein Fahrzeug kaufen. Oder ich will jetzt eigentlich nicht wieder so viele Fahrzeuge kaufen. Aber andererseits, was man hat, hat man. Spart man sich so ein bisschen die Mietkosten. Asphaltwalze, Erdbauwalze, Wacker hätten wir da. Die hätten wir von Sani. Die Erdbauwalze, die würde ich eigentlich... Kostet 90.000. Gekauft. Nehmen wir. So. Gerade einmal zum Fahrzeughandel einsteigen. Und los geht die ganze Sache. Ja. Natürlich wieder der legendäre Schrei. Der legendäre Flug aus der Map raus. Aber wir sind lange nicht mehr in die Höhe katapultiert worden. Es wird mal wieder Zeit eigentlich. Aber wir haben jetzt eigentlich mal wieder Zeit. So. Gehen wir mal Gas. Ich finde die irgendwie vom Design her komplett cool. Weil die so eckig ist. Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich das einladender als die andere Maschinen. So vom Design her. Vielleicht auch Geschmackssache. Wird nicht jedem gefallen, aber... Ich finde die cool. Ich finde die cool. War die nicht auch einen Ticken größer als die andere? Ich bin mir nicht mehr sicher. Oder war die gleich? Ich bin mir nicht mehr so verdichten. Ich bin mir nicht mehr so verdichten. So. Wir positionieren uns gerade mal so, dass wir rückwärts da nochmal entlang fahren können. Verdichten ist wieder eingeschaltet. Also einmal vorwärts, einmal rückwärts. Können auch gerade nochmal in die Ego-Perspektive gehen. Das mag ich bei der Maschine so, dass man halt hier auch sich einfach so rumdrehen kann. Nach hinten gucken kann. Ohne dass die Kamera dann automatisch nach draußen zoomt. Es ist zwar ein nett gemeintes Feature. Aber im Vergleich zum ETS oder auch anderen Spielen. Nicht ganz so gut umgesetzt mit dem nach draußen gucken. Da gibt es bessere Möglichkeiten, die man aus anderen Spielen kennt. Aber, nein, gut. Passt schon. Ja, meckern auf hohem Niveau. Sagen wir es mal so. Vielleicht merken sie es auch selber noch. Falls sie vielleicht mal mit dem ETS reingucken oder auch anderen LKW-Spielen stellenweise. Kann man besser machen mit dem Rausgucken. So, nochmal positionieren, dass wir rückwärts wieder entlang fahren können. Wir sind jetzt schon bei 75%. Dann wird es ja noch ein paar Leute in der Nähe von 10. Also, ich hoffe es ist jetzt noch ein paar Mal. Dann wollen wir es jetzt noch ein paar Videos sehen. Aber dann können wir's gar nicht mehr so sagen. Das ist ja noch ein paar Mal. Wir sind mit dem Rausgucken und mir ist es noch ein paar Leute rein. Aber das ist noch mal ein paar Hände in den Rausgucken. So, okay Dann verdichten gerade einmal aus Weiß nicht, komme ich hier hoch? Komme ich da rum? Ja Sollte passen, können uns eigentlich Nehmer die Planierraupe stellen Oder wir fahren halt einfach Da vorne hin, genau Wir haben ja Zuschauer, sehe ich gerade erst Gerade nicht aufgefallen Hallo Die bewundern bestimmt auch Dieses wunderschöne neue Fahrzeug Jetzt stellen wir noch ein wunderschönes neues Fahrzeug daneben Irgendwie Sie sieht ein bisschen aus, als hättest du Drogen genommen Und er, dem geht einfach alles am Arsch vorbei, glaube ich Aber er gehört hier dazu, also die gehören auf jeden Fall hier dazu Die haben das Logo hinten drauf Gut, Baumaterialien auspacken Da haben wir noch was rumstehen Sieht wieder nach Betonieren aus Oder? Ah, die ganze Fläche da vorne wird auch noch betoniert Alles klar, okay Ja, die komplette Fläche da vorne Boah Ja gut Warum das? Mein klar, kann man machen, warum nicht, aber Das ist viel Zeug Das ist viel Zeug Gießen an Legen wir los Achso, ich wollte gerade mal gucken Hier, ähm Wie war das? Fertigkeiten? Ah, da haben wir keinen Punkt Wir hatten nur einen Meilenstein erreicht Und keinen, keinen Fertigkeitenpunkt Okay Na dann, na dann Nicht so wild Was haben wir noch tendencyt? Aber Das stimmt Okay John Ich wollte es jetzt брüpke Ja, es geht eigentlich doch recht zügig. Ja, es geht eigentlich doch recht zügig. Habe jetzt erst gedacht, okay, Kübel wieder so eine große Fläche betonieren, aber nö. Ich bin jetzt schon bei 17%. 19. 21. Das habe ich daneben gegossen. Das ist natürlich nicht so förderlich. So, ich würde eigentlich gerne hier so gefühlvoll mit dem Kran rumschwenken, aber ich kriege es nicht auf die Kette. Liegt auch ein bisschen daran, wenn du halt mit dem Kran länger in eine Richtung lenkst, dann gibt der halt auch irgendwann mal Vollgas. Und wenn ich halt so ein bisschen nur Gas gebe, kann es passieren, dass es trotzdem irgendwann dann viel schneller wird. Wie jetzt zum Beispiel. Und dann ist er halt schneller. Dann gibt er halt Gas. Und wenn ich auch weiter rumlenke, hat er noch mal Gas. Das ist so ein bisschen die Sache hier dran. So, gießen an. So, fahren wir mal langsam zurück, dass wir das mal ordentlicher machen. So, ein bisschen hin ungefähr. Oh, das war wieder viel zu schnell. Wollte ich eigentlich gar nicht. Das ist auch so eine Sache, die ist auch angenehmer aus der Perspektive eigentlich, oder? Also für mich, ja. Es ist halt extrem klein in der Entfernung. Aber von der Steuerung her, von dem Kran, ist es halt so einfach viel einfacher. Viel einfacher. Es ist halt wirklich verdammt klein. So, läuft direkt weiter. Naja, wir fahren jetzt erstmal noch mal ein bisschen zurück. Wir sind jetzt gleich schon bei 60%. Jetzt sehe ich natürlich wieder wegen der Stange überhaupt nichts. Dann muss ich doch wieder wechseln. Befüllen. Und wieder gießen an. Okay. Okay. So, ich trage den Kübel gerade mal so ein bisschen, dass wir hier besser mal sehen, was wir da gießen. So, mein innerer Monkschreiter ist noch so eine Stelle, die sieht echt unschön aus. Sieht schon besser aus, immer noch nicht perfekt, aber sieht ein bisschen besser aus. So, lass mal kurz auspendeln. Ein Stück nach vorne und hier nach links. So ein bisschen weit nach vorne. 90 Prozent haben wir. Und 100. Sehr schön. Gut, haben wir da eine Riesenbetonfläche vorne dran geklatscht. Jetzt geht es wieder ans Material verteilen. Palette Betonschalung. Ich bin mal gespannt, was da jetzt noch kommt. So, Betonschalung haben wir auf jeden Fall noch genug da. Hatten ja eigentlich schon alle Material mitgenommen, aber manchmal kommen halt während des Baus immer ein paar Materialien dazwischen dann oder nochmal dazu. Die sollen auch da hin. Und dann haben wir da schon diese Betonträger oder so. Oder sind das die Stufen? Was da liegt. Keine Ahnung, kann alles sein. Ich weiß nicht genau. So, ich sehe aber gerade. Warte, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Wo ist die Zeit hin? Wo ist die Zeit hin? Haben doch nur ein bisschen Boden abgetragen, haben doch nur ein bisschen betoniert und haben nochmal ein bisschen betoniert. Ja, krass. Okay. Aber ich würde sagen, wir verteilen auf jeden Fall noch die zwei Paletten mit der Betonschalung. Platzieren wir auf jeden Fall noch an Ort und Stelle. Und dann machen wir hier an der Stelle in der nächsten Folge weiter. Wenn ich nicht wieder mein Mikromute ausversehen und vergesse, wieder es freizugeben. Oh Mann, das ist jedes Mal so peinlich. Das ärgert mich auch jedes Mal extrem. Ich meine, in den meisten Fällen wird nichts verpasst, wenn mir das passiert, wenn ich krank bin. Aber es ist halt trotzdem ärgerlich. Ja. Man will ja alles zeigen, was man hier macht. Und dann hast du halt einfach mal 10 Minuten nicht dabei im Video. Auch wenn vielleicht nichts Spannendes passiert. Also mich persönlich ärgert es halt trotzdem. So, dann einmal noch die eine Palette. Ich denke mal Betonsäcke sind das oder so. Können wir ja gerade nochmal daneben schmeißen. Okay. Okay, Baumaterial liefern, Baugerüst. Theoretisch haben wir das ja schon da. Das muss dann irgendwo nur verteilt werden wahrscheinlich. Äh, Metallbauteile müssen da hinten auch noch platziert werden. Und Paket Tribünenstahlträger. Okay. Würde ich sagen, darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Und wir müssen auch ein bisschen baggern. Ui. Na endlich mal. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord selber beitreten. Und gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Würde sehr weiterhelfen. Falls ihr selber Interesse habt an diesem Spiel, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Dort ist ein Affiliate-Link. Zu Instant Gaming könnt ihr euch günstig und legal dieses Spiel kaufen und gleichzeitig den Kanal unterstützen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommi. Tschüss. Tschüss.